Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder joggenderweise im Wald unterwegs, im Taunus. Und was ich hier genau mache, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich bin schon gut fünf Kilometer unterwegs, habe irgendwie vergessen zu filmen zwischendrin, aber ich bin im Taunus, bin im Wald, laufe und gleich mache ich noch ein paar Liegestütze. Einfach mal zwischendrin. Nichts Wildes, aber herrlich auf dem Laufenden und insgesamt mache ich heute zehn, das ist meine Vorgabe, zehn und ein paar Liegestütze, aber nicht viel. 30 Liegestütze und das jetzt. Und ich bin bei sechs Kilometern schon weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Nochmal 30 gemacht. Ich bin bei siebeneinhalb Kilometern. Meine 60 Liegestütze. Aber viel mehr mache ich halt auch nicht. Noch einmal. Noch einmal, dann bei neun oder so. Ja, das mache ich. Das war nochmal 30. Und ich bin bei neun Kilometern. Jetzt laufe ich einfach nur zum Auto. Die letzten Kilometer, dann ist gut. Anstrengend. Soll es aber auch sein. Ist ja klar. Jetzt bin ich wieder zurück im Auto. Habe meine zehn Kilometer runtergelaufen und habe wie viele Liegestütze gemacht? 90. 90 waren es. Ja. Reicht aber. Alles gut. Alles cool. Zehn Kilometer gelaufen. Schon mal super. Habe ich meinen Pensum runter. Für heute. Dann ist alles cool. Also. Jetzt könnt ihr auch nachmachen. Ein paar Liegestütze oder laufen oder beides. Und ich sage. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal.